Okay Leute, wir haben jetzt aufgegessen und jetzt geh ich auf Drohnenjagd. Okay, dann... Schau mal ins Leben! Oh nein! So, wenn du nur 10cm da drauf bist, ich muss noch weiter reinkommen. Nein! Wieso geht das nicht? Nein, das ist der Kranie. Wow! Oh! Oh mein Gott! Yo Leute, was geht? Hier ist euer Kranie. Und heute geht es zu den Videodays nach Berlin. Heute bzw. morgen sind ja erst. Heute ist die Anreise und ich produziere nicht vor, sondern mache diese Vlogs hier. Hochladen dürfte kein Problem werden. Wir sind bei MyDad in der Wohnung und wir werden jede Menge andere YouTuber treffen in den nächsten Tagen. Ich bin echt gespannt darauf. Und hier ist mein Koffer, ich habe schon gepackt und dann würde ich mal sagen, los geht's! Wir sind hier in Berlin und es ist ziemlich ekliges Wetter und da drüben steht Luca und der hat mich noch nicht gesehen. Luca! Okay, er bemerkt mich nicht. Naja, ich gehe mal rüber zu ihm. Ja, also wirklich, es ist vollkommen zum Fotzen. Hallo! Smart! Wie geht das Ding? Wie geht das Ding? Ich bin froh. Ich stehe ungenutzt. Du bist es! Wie geht das Ding? Ich habe mich zu sehr auf mich verloren. Ich weiß, dass du es getan hast. Wir sind hier meine Freunde bei Six Minutes Media heißt das Ganze. Das sind Urlaubspiraten und sonst was. Und mein Bruder hat den, ich glaube, Mitbesitzer kennengelernt beim Burger Battle. Und das ist so cool hier. Schaut euch mal um. Das ist alles so Altbaumäßig. Und, passt auf, überall sind Süßigkeiten und süße Sachen und sowas. Das ist so richtig cool hier. Und guck 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 guck. Wie geht das? Wie geht das? Schlecht einfach. Luca dreht sich wie immer weg, wenn man die filmt. Aber ja, wir machen gleich vielleicht noch so eine Drohnen-Schlacht oder so. Jetzt chillen wir erstmal mit den Jungs hier. Und ja, vielleicht ergibt sich ja auch etwas cooles mal. Man weiß es nicht. Also bis gleich. Das war ganz gern. Matta Fisch. Ja, solche Aufnahmen würde ich zum Beispiel nicht reinpacken. Gut, Luca. Gut. Ich habe den Luftballon runtergeholt. Oh Gott, ey. Film den Startvorgang. Ich bin alles am Film, Leute. Flieg mal auf mich zu. Flieg auf mich zu. Wow. Wow. Junge. Komm. Ach, hier. Den startet jetzt aus meiner Hand. Den kann ich auch noch. Okay. In dein Gesicht. Gut, Luca. Nee. Da ist schon Flieger in deinem Building drin. Flieger sind in meinem Kopf und mein Herz. Ja, wie fliegt das in dein Herz? Flieger in mein Herz rein. Ja, Mann. Ich tue es fliegen. Wow. Wow. Junge. Wui. Essen. Burgers. Okay, wir sind hier im coolsten Büro der Welt. Oder, Luca? Herzlich mal einen Trick. Hier. Oder was ist das hier? Moose Drossing. Elche. What up? Und das guckt sich an. Hier werden auch Ameisen gezüchtet am Arbeitsplatz. Und hier sind noch mehr Drohnen. Aber Riesenthronen. Und... Kann man da reinpassen? Okay, da passiert nichts. Ja. Oh, wie cool eine Minidrohne. Wie süß! Wie süß! Guck mal da! Das ist so behindert. Das ist so geekig. Das ist so cool irgendwie. Luca will auch hier arbeiten, ne? Esst du es auch? Definitiv, ey. Esst du es auch? Max, du hast das immer ein Handy hingelegt. Tja. Okay, Leute. Wir haben jetzt aufgegessen. Und jetzt gehe ich auf Drohnenjagd. Okay, dann. Schau mal ins Leben. Oh nein! Das ist so dumm. Wenn du noch 10cm draufst. Ich muss noch weiter reinziehen. Nein! Wieso geht das nicht? Nein! Woaaaaaah! Oh! Oh! Oh my god! Oh! Oh! Baby! Ich schweckle! Achtung! 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 Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Ich mach alles für Divi Move! Alles für Divi Move! Wieso? Achtung! Wir haben nicht gefangen. Ich muss nicht abstehen! Luca! Okay, also Leute. Wir verabschieden uns jetzt von unseren tollen Gastgebern. Also, das war wirklich ein sehr, sehr lustiger Abend. Es ist ja auch sehr cool. Es ergibt sich bestimmt einiges cooles hier. Und ja, wir checken jetzt zur Endemol Party. So Leute, wir sind hier jetzt in der Nähe von der Party von Endemol. Und es ist drin fucking laut. Und man muss, wenn man draußen stehen will, ungefähr 200 Meter weglaufen. Aber an sich ist die Party ganz cool. Nur da drin ist es so eng und sowas, dass ich dir wahrscheinlich nicht so viel filmen kann. Ich denk mal, dass es das war. Vielleicht zeige ich euch noch so ein paar Impressionen jetzt oder sowas. Aber vielleicht kann ich auch gar nichts mehr filmen. Aber da würde ich sagen, was das vom ersten Video. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt geworden ist. Und ja, wir haben alle noch getroffen. Wir haben Rewi, Felix. Also hier sind so viele YouTuber. 250 Leute oder sowas sind hier. Krass, wie viele YouTuber es da eigentlich gibt. Bei Tiddys. Auf jeden Fall nice. Und ja, dann war's das von heute, ne? Wiii. Macht's gut. Danke.